Hey Chuck, tut mir leid, dass du warten musstest. Schon okay. Ich hab was für dich gemalt. Oh, wie süß von dir. Wie auch immer, du schreibst ja am Montag den Mathe-Test. Weißt du denn, dass neue internationale Mathe-Gesetze verabschiedet wurden von der UN? Internationale Mathe-Gesetze? Aha, die haben einiges verändert. Wir müssen zusehen, dass du all die neuen Regeln drauf hast. Die größte Veränderung ist, dass wir eine ganz neue Zahl erfunden haben. Eine Zahl erfunden? Ja, zwischen 5 und 6. Sie heißt Dörf. Dörf. Richtig. Und so sieht sie aus. Das ist eine Dörf. Sehst du? Deshalb zieht man jetzt so. 1, 2, 3, 4, 5. Dörf. Seit 7, klar? Ich schätze schon. Na gut. Und wie geht's weiter? 13, 14, 15. Was kommt dann wohl? 13. Ach, wow! Du kapierst schnell. Danke. Also, nehmen wir 12, multiplizieren mit 81 und teilen dann durch 2. Was macht dann? 4... ...4... ...7... ...4... ...4... ...4... ...4... ...4... ...4... ...4...